Braun Sondermaschinen ist ein mittelständischer, familiär geführter Maschinenbaubetrieb. Gestartet sind wir mit vier Mitarbeitern, heute sind wir bei 140. Braun ist für mich der wahrscheinlich spannendste Arbeitgeber hier in der Region und wir sind jeden Tag aufs Ganze gefordert. Also die Arbeit untereinander mit uns Kollegen ist sehr harmonisch, sage ich immer. Wir verstehen uns gut, es sind natürlich auch Freundschaften entstanden und man ist hilfsbereit und es ist ein Team. Die Überlegung für die Firmengründung war, das, was andere bis jetzt geliefert hatten, besser zu machen. Für uns zeichnet im Verhältnis zu unserem Marktbegleiter absolute Flexibilität aus. Wir sind aufgestellt für die Globalisierung, wir sind international tätig. Das heißt, alles bei uns wird hier vor Ort produziert, montiert, installiert, programmiert, ausprobiert und als Gesamtlösung weltweit bei unseren Kunden installiert. Wir bei Braun haben die Philosophie, dass wir dem Kunden eine ganzheitliche Lösung bieten wollen und die, die funktioniert. Jeder ist am Gesamtprojekt beteiligt, von Anfang bis zum Ende und das macht es eben so spannend. Wir im Vertrieb nehmen Kundenanfragen an, erarbeiten zusammen mit der Konstruktion ein Layout, danach wird er auftragen, die Projektleitung übergeben. Das Projektmanagement realisiert den Auftrag vom Auftragseingang bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme beim Kunden. In der Konstruktion entwickeln wir die CAD-Daten für die individuelle Layout-Gestaltung und die Baugruppenfertigung. Die nachfolgenden Abteilungen sind in unsere Prozesse integriert, um parallel weiterarbeiten zu können. Wir an der Teilefertigung produzieren Einzelteile und Kleinserien mit einer hohen Flexibilität und Fertigungstiefe, sowohl für unsere eigene Montage und natürlich auch im Kundenauftrag. In der Montage werden alle fertigen Bauteile zusammengeführt, montiert und getestet. In der Elektrokonstruktion erstellen wir kundenspezifisch Schaltpläne und in der Softwareabteilung hauchen wir der Anlage das Leben ein. Nach einer umfangreichen internen Ausprobe erfolgt die Vorabnahme der Linie durch den Kunden und nach der Verlagerung zum endgültigen Standort dann die Endabnahme und der Produktionsstart. Das heißt, jede Anlage, die bisher Braun verlassen hat, läuft. Am besten schon hier im Hause natürlich in der Ausprobe, dass wir da sehr viel ausprobieren können, dass wir wirklich sicher gehen, jawohl, der Kunde kriegt ein gutes Produkt. Und dann natürlich, wenn die Maschine beim Kunden aufgebaut ist, sodass wirklich wir sagen können, jawohl, gut gemacht. Unser Grundsatz ist bis heute zufriedene Kunde mit flexiblen Lösungen, damit die Kunden hier sicherer Produktionsanlage betreiben können, diese auch kostengünstig, bezahlbar und beherrschbar geliefert bekommen. Die Firma Braun zeichnet aus, dass wir kompetent sind, dass wir flexibel sind, dass wir Automatisierung verstehen, dass wir präzise sind und dass wir ein super Team sind. Präzise und Kompetenz, das ist unsere Leidenschaft. Wir verstehen Automatisierung.